Die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. November 2015 bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung befindet sich in Regensburg-Westenviertel. Das im Jahr 1995 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Duplex-Garagenplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 450 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020